Musik Eingebettet in die reizvolle Oberlausitzer Landschaft liegt unser Unternehmen Opacher Mineralquellen. In den felsigen Tiefen des Landschaftsschutzgebietes Oberlausitzer Bergland entspringen die Quellen für unser frisches Mineralwasser. Der Sage nach hat unser Wappentier im Firmenlogo, der Pegasus, die Opacher Quellen einst entdeckt. Heute kann man entlang des Opacher Brunnenpfades schöne Natur erleben und einige unserer Brunnen besuchen. Von hier gelangt das edle Wasser in unsere Vorratsbehälter. In einem ersten Schritt prüfen wir das frische Nass auf seine Reinheit. Unser Anspruch? Nur das Beste aus Reinheit und Geschmack. Auf unseren modernen Abfüllanlagen verlassen mehr als 50.000 Flaschen pro Stunde das Band. Etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf der Produktion. Mehrfach am Tag werden Proben des Wassers in unserem Labor auf Reinheit und Beständigkeit untersucht. Qualität ist unser Anspruch. Teamarbeit die Voraussetzung dafür. Besonders gut gefällt mir das kollegiale Verhältnis in dieser Firma. Die höchstbereitschaft von jedem einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die zu einer sehr guten Ausbildung führen. Ein sehr interessanter und wunderbarer Job, den ich jedem empfehlen kann. Unsere Produkte aus Oppach sind fester Bestandteil in Gastronomie und Handel des Freistaates Sachsen. Aber auch in angrenzenden Bundesländern haben wir einen wohlklingenden Namen. Sie legen Wert auf Regionalität, Transparenz in der Herstellung und kurze Transportwege? Dann ist unser gutes Mineralwasser aus Oppach genau das Richtige für Ihren Anspruch.